Das Recht auf Vergessen Der Google-Löschungsantrag Das Recht auf Löschen von persönlichen Inhalten im Internet Seit Anfang Juni kann man bei Google beantragen, dass bestimmte Inhalte über die eigene Person aus den digitalen Erinnerungen des Internets gelöscht werden sollen. Google ist verpflichtet, jedem einzelnen Antrag nachzugehen und diesen auf Datenschutzrechte des Einzelnen und dem Recht der Öffentlichkeit auf Auskunft und Informationsweitergabe zu prüfen. Was für Informationen Sie angeben müssen, wo Sie den Antrag finden und wie Sie ihn ausfüllen müssen, zeigen wir Ihnen in diesem Training. Was entfernt Google wirklich? Personenbezogene Daten und anstößige Bilder können bei Google bemängelt und zum Löschen beantragt werden. Unter personenbezogene Daten fallen jedoch lediglich Daten, die Identitätsdiebstahl oder Finanzbetrug begünstigen. Geburtsdaten, Adressen und Telefonnummern von Nutzern gehören laut Google nicht dazu. Doch was entfernt Google wirklich? Google kann lediglich bestimmte Suchergebnisse aus den Trefferlisten der Suchmaschine löschen. Das bedeutet jedoch, dass die eigentliche Website mit entsprechendem Inhalt immer noch existiert. Google empfiehlt daher, zunächst den Webmaster der Internetseite zu kontaktieren und diesen zu bitten, die entsprechenden Inhalte zu löschen. Der Löschungsantrag Um veraltete oder inkorrekte Angaben von Google löschen zu lassen, hat Google ein Online-Formular bereitgestellt. Dieses ist unter der folgenden URL zu finden. Sie können das Online-Formular auch erreichen, indem Sie Löschungsantrag und Google in der Google-Suche eingeben und den entsprechenden Link anklicken. Rufen Sie also das Online-Formular auf. Zunächst müssen Sie das Land, dessen Gesetze auf Ihrer Situation anwendbar sind, angeben. Klingt im ersten Moment einfach, kann im Einzelfall jedoch schwer zu beurteilen sein. Stellen Sie sich vor, Sie finden personenbezogene Daten von sich auf einer italienischen Website. Ihre Nationalität ist deutsch, Ihr derzeitiger Wohnsitz ist jedoch in Belgien. Welche Gesetzeslage ist nun anwendbar? In diesem und ähnlichen Fällen kann Ihnen ein auf diesem Gebiet versierter Anwalt weiterhelfen. Anschließend müssen Sie Ihren Namen sowie eine Kontakt-E-Mail-Adresse angeben. Es besteht die Möglichkeit, vertreten für eine andere Person, beispielsweise Ihren Ehepartner, das Formular auszufüllen. Falls Sie für eine andere Person den Löschungsantrag ausfüllen, geben Sie Ihre Beziehung zu der Person bitte im dritten Eingabefeld an. Weiter unten können Sie die betroffene URL einfügen. Nutzen Sie dafür die Copy-Paste-Funktion. Es ist nötig, für jede angegebene URL auch eine Begründung zu liefern, warum die dort zu findenden Daten veraltet, irrelevant oder auf andere Art und Weise unangemessen sind. Nutzen Sie dazu das vorgesehene Eingabefenster. Zur gewissenhaften Bearbeitung ist es wichtig, dass Sie Google Ihre Identität bestätigen, um Identitätsdiebstahl und ungerechtfertigte Behinderung des Wettbewerbs vorzubeugen. Über die Schaltfläche Durchsuchen können Sie eine Kopie Ihres Führerscheins oder Personalausweises hochladen und zur Bestätigung aller Angaben das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren. Abschließend können Sie im Feld Unterzeichnet am das aktuelle Datum eingeben und im letzten Eingabefeld Ihren Namen eintragen. Klicken Sie dann auf Senden und Ihr Antrag wird abgeschickt. Chancen auf Erfolg des Antrages Google bearbeitet den von Ihnen gesendeten Antrag nur, sofern alle Angaben korrekt und vollständig sind. Wenn das der Fall ist, wird Google den Antrag auf Interesse des Betroffenen an der Löschung und dem Informationsinteresse der Allgemeinheit abschätzen. Bei Anträgen von Privatpersonen ist zu vermuten, dass das Interesse der Allgemeinheit nur in seltenen Fällen überwiegen wird. Wie viel Zeit die Bearbeitung letztendlich jedoch in Anspruch nehmen wird, ist noch unklar, da alle Anträge einzeln geprüft werden müssen und eine automatische Beantwortung somit nicht möglich ist. Dieser Kurs wurde Ihnen präsentiert von Easy Training.